Der Bulgarische Fußballverband ist der Verband bulgarischer Fußballvereine. Er wurde am 27. Juni 1985 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gegründet. Mitglieder des BFS sind 44 professionelle und 490 Amateurvereine. Der BFS ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Sofia. Der BFS ist Nachfolger der bulgarischen Fußballföderation, die zwischen 1962 und 1985 existierte. UEFA-Fünfjahreswertung Platzierung in der UEFA-Fünfjahreswertung Die Kürzel CL und L hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2015 16. der Champions League bzw. der Europa League an. 23. Schottland Schottland-Koeffizient 17.900 CL 1 L 24 Schweden-Schweden-Koeffizient 17.725 CL 1 L 25 Bulgarien-Bulgarien-Koeffizient 16.750 CL 1 L 26 Norwegen-Norwegen-Koeffizient 14.375 CL 1 L 27 Serbien-Serbien-Koeffizient 13.875 CL 1 L Dritte Stand Siehe auch A-Grupa B-Grupa Bulgarischer Fußballpokal 15.899 CL 4 2 L 4 6 7 8 11 8 10 11 Vielen Dank.